Musik Ich sitze hier am Ufer der Salzach in Salzburg. Nun, ich habe ja etwas Gesellschaft aus der Vergangenheit. Es gab eine Zeit, da habe ich so viel Zeit damit verbracht, einfach nur auf das Wasser zu starren und auf die zahllosen Formen, die es annimmt. In all diesen Formen, die es annimmt, und sogar in stillem Wasser, wie einem Glas Wasser, habe ich immer bemerkt, was ich heute vielleicht als Moleküle bezeichne, aber ich habe immer gesehen, wie die Wasserpartikel ihre Form und Gestalt verändern und viele verschiedene Dynamiken annahmen, was die Leute für verrückt hielten. Aber hier in Salzburg habe ich etwas Gesellschaft. Da war Viktor Schauberger im frühen 20. Jahrhundert, der viel Zeit damit verbrachte, viele Aspekte der Natur zu beobachten, wobei Wasser ein wichtiger Aspekt war. Und er sprach ausführlich darüber, woraus viele Entwürfe entstanden, wie sich Wasser verhält, wenn es sich bewegt. Für einen oberflächlichen Beobachter bewegt es sich nur, das ist alles. Wenn du genug Aufmerksamkeit aufbringst, nun ja, wir tun das, was man Samyama nennt, was absolute Aufmerksamkeit ist. Wenn du diese Art von Aufmerksamkeit aufbringst, nicht nur die Form und Energie, die das Wasser ausstrahlt, die Lebendigkeit des Wassers und die molekulare Dynamik des Wassers, die sich ständig verändert, je nachdem, wie sich das Wasser in verschiedenen Leben, in verschiedenen Menschen unterschiedlich verhält. Wie du es behandelst, 72 Prozent deines Körpers sind Wasser. Wie du es behandelst, wie du es wahrnimmst, ist extrem wichtig. Dies ist das Land von Viktor Schauberger. Leider war er seiner Zeit ein bisschen weit voraus. Als die deutsche Besatzung kam, hielten ihn die Nazis für einen Verrückten oder einen Wahnsinnigen. Und sie wollten ihn in ein Irrenhaus stecken. Zum Glück haben ihn seine Freunde da rausgeholt und er starb 1958 verarmt. Gerade ein Jahr, nachdem ich geboren wurde. Und hier sind wir nun. Denn meine eigenen Beobachtungen des Wassers sah es bei vielen Dingen. Eine Sache, die für mich wirklich in Resonanz steht, ist, dass ich beim Beobachten von fließendem Flusswasser viele, viele Größen und Formen von Ellipsoiden sah, die sich formten und entformten und wie sie Energie ausstießen. In vielerlei Hinsicht haben diese Ellipsoide mein Leben bestimmt. Es ist sehr schwer zu erklären, ohne als verrückt bezeichnet zu werden. Das ist das ganze Problem. Denjenigen, die in den Strukturen der Logik feststecken, erscheint jedes tiefere Eintauchen in die Schöpfung als verrückt. Nach tausend Jahren kommen sie auf die gleichen Dinge. Aber hier sind wir. Ich möchte Viktor Schauberger für seine Beobachtungen ehren. Leider für seine damaligen Schwierigkeiten. Für alles, was er durchgemacht hat. Aber heute erkennt zumindest ein kleiner Teil der Menschheit die Bedeutung seiner Beobachtungen, die Tiefe seiner Beobachtungen. Deshalb habe ich gesagt, dass viele Dinge erst tausend Jahre später erkannt werden. Das sind unglückliche Umstände. Zumindest müssen wir in Zukunft Umstände schaffen, in denen neue Dinge willkommen sind, egal wie verrückt sie aussehen. Das bedeutet nicht, dass jeder seine eigene verrückte Theorie aufstellen kann. Aber jeder sollte Aufmerksamkeit zeigen. Wenn wir Aufmerksamkeit, genügend Aufmerksamkeit gezeigt hätten, hätte ich dann die rettenden Bodenbewegung machen müssen. Jeder würde definitiv wissen, dass der Boden ein überaus lebendiges Wesen ist. Etwas, das lebendig ist. Etwas, das das Leben mit einem solchen Überschwang ausstößt. Dass wir überhaupt zu dem Schluss kommen können, es sei leblos. Das zeigt, wie sehr wir in den Strukturen unserer eigenen Logik gefangen sind. Schenke dem Boden deine Aufmerksamkeit und sei für ihn lebendig. Denn ohne, dass der Boden für dich lebendig ist, wärest du nicht lebendig. Rette den Boden. Lass es uns wahrmachen. Und das ist uns wahr, Untertitelung des ZDF, 2020